Lukas! Ah, schön, dass du noch da bist. Ich möchte dich nämlich noch anrufen, um dir etwas Wichtiges zu sagen. Kannst du bitte am Telefon warten? Ich rufe dich gleich an. Hallo? Hallo? Ah, Lukas, bist du da? Ich bin's, der Weihnachtsmann. Hallo, ich rufe an, weil ich Neuigkeiten zu deinem Geschenk habe. Ich habe gerade von unserer Geschenkfabrik die Nachricht erhalten, dass dein Geschenk fertig ist und die Elfen es bereits auf meinen Schlitten geladen haben. Haha, das ist super, oder? Ich bin schon richtig aufgeregt und ich kann es kaum erwarten, es dir zu bringen. Ich bin sicher, dass es dir richtig gut gefällt. Übrigens habe ich neben deinem Geschenk auch noch eine besondere Empfehlung. Höre immer auf deine Eltern. Ich bin sicher, du schaffst das und ich bringe dir dein Geschenk als Belohnung. Na gut, ich muss jetzt los. Bis bald. Frohe Weihnachten. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin so froh, dass wir sprechen konnten. Ich telefoniere richtig gern, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe noch so viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020